ja kommt schon er hat es verdient ja wenn wir schon mal mit unserer ultra heiligen präsenz ankommen und nach hilfe bitten kann er nicht einfach das ist abhauen ja das merken wir uns alles wir vergessen nicht wir vergessen nicht okay was haben wir denn überhaupt ein erz jetzt hier das ist muss ja unmenschlich sein wo ist denn unser erz hier das sind ja knapp 8000 also jetzt mal ganz im ernst das ist relativ heftig finde ich man wenn gommes das wüsste dann würde er wahrscheinlich sein titel uns schenken denn wir sind der wahre gesetzesmäßige heilige kämpferische ultimative unantastbare unangebrochene unanstrebsame intelligente überaus hübsche herzbaron stimmt's ihr penner oder ich habe doch auch nichts an moment mal ich dulde es nicht dass hier irgendwas rum flattert während dessen ich rede das geht nicht das geht absolut nicht ja da kommt ihr zu spät das ist meine beute heute gehört die beute mir wir brauchen die erfahrung jegliche erfahrung jegliche erfahrung ist für uns nahrung hallo ja haben wir gar keine erfahrung bekommen juhu frostige grüßeli ach denkt ihr zu dritt könnt ihr mir die stirn bieten oder was was macht ihr da traut euch ruhig mal anzugreifen traut euch traut euch die trauen sich nicht oder dann können wir nebenbei mal äh wo haben wir hier wo ist denn das wo war das nochmal ihr nehmt euch die zeit oder das finde ich sehr schön wo war denn das dann rauchen wir erstmal ein grün das finde ich gut dann heilen wir uns noch ganz in ruhe würde ich sagen essen noch ein schönes bauernbrötchen und noch ein noch ein bierchen hinterher hier so also kann man sieht man doch schon sieht man nicht nur drei von euch ich sehe schon sechs von euch also die haben es nicht so mit dem angriff oder daher müsste die halt nach das war's mit euch ihr schwabbel viecher okay gut also die nehmen es nicht so die sagen auch so ein bisschen geduld und so alles gut und oder sie dachten dass sie uns mit ihrer präsenz irgendwie angst machen können ja das sieht ja unsere waffe sie ist durchtränkt von rotem blut so ich überlege gerade ob wir nochmal ins alte lager gehen aber ich glaube nicht oder es gibt glaube ich der punkt an dem wir nicht mehr ins alte lager kommen ist nämlich gekommen glaube ich sofern wir im alten lager mit den wassermagiern gesprochen haben dann werden die uns wahrscheinlich feindlich gesonnen sein ich glaube ganz später kommen wir denn nochmal rein ich überlege halt nur gerade ob wir irgendwas da noch machen können oder sollten bevor das passiert ich speichere mal auf einen sicherheitsstand weil wenn wir dann nicht mehr an matt rankommen weil mit denen habe ich ja was spezielles vor können wir hier nochmal kurz zurückswitchen und das erledigen okay weiter geht's ab zum neuen lager lefty wartet schon auf uns nein falsch hier lang durch den wald der wald ist sicherlich auch schon sehr alt und wer weiß was hier noch an alten viechern und alter magie hausen wir nehmen mal den götter hammer das würde mich mal interessieren schon relativ viel schaden aber ob dich halt nicht so der brüller oder kann man ja mal machen obwohl ich eher weniger glaube dass hier noch skelette rumgucken sonst würden wir das wahrscheinlich knistern hören so noch noch eine ähm äh idee können wir jetzt eigentlich mit dem feuerlagerfeuer anzünden äh nein aber den krug können wir mitnehmen das ist ein guter ausgleich die wird uns schon vermissen glaube ich die und seine wasserschläger seine reißbauern und seinen reißpflücker hier den den obersten reißlord wir haben übrigens hier an der ganzen sache mitgebaut hat als hinterher hintergrund genau als hintergrund info müssen wir das natürlich gebührend empfangen so hier läuft aber auch nichts mehr rum oder das sieht relativ atmosphärisch ruhig aus kaum zu glauben ah da fällt mir noch ein hier war irgendwo eine stelle wo wir damals nicht weiter gegangen sind weil da zu viele snapper waren die könnten wir uns jetzt eigentlich vornehmen so und ich schwarze goblins ihr dreckigen mistviecher was hampelt der da rum wollte der uns verarschen moment ah mist das lasse ich mir hier nicht gefallen ihr glaubt doch wohl nicht dass ich hier der hampelmann für euch bin jetzt gibt's aufs maul moment die steinwurzel nehme ich aber noch mit hallo ja ich komme du hampelmann du faschingsprinz ha 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 ihr seid nichts in meinen augen na gefällt euch das ha 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 ihr laschen klein ganz oben ihr seid doch nur schießbudenfiguren hier ja was mit dir los hier deinen hässlichen kleinen knüppel ja und damit meine ich die waffe her mit deiner nagelkeule ihr verarscht mich nie wieder schön schönes gefühl wenn sie hier so in reih und glied liegen ja ich hätte auch nicht gedacht dass sie unseren götterhammer wieder stehen können dass sie überhaupt irgendwas überstehen können hallo warane wieso habt ihr mir eben euer hinterteil gezeigt sag mal ist hier heute verarsch day oder sowas ja 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 komm 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 was macht ihr wollt ihr tanzen hier wollt ihr mich wieder verarschen so wie eure dämlichen snapper kollegen ah komm schon sag mal willst du mich komm komm her hier dreckiges mistvieh wie gesehen der wollte uns echt verarschen ok so kommen wir aber auch mal zu hier in diese höhle rein zu schauen mal schauen was hier so liegt ein schürhaken ach wow dafür hat sich ja der ganze Aufstand gelohnt und ein Kochlöffel natürlich ihr wollt mich echt verarschen oder was ist mit dir denn was ist mit dir mein kleiner so ich will mal schauen vielleicht können wir den auch umboxen Moment rechter na komm 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 na komm rechter rechter linker komm hier gibt es die Kombo Kombo des Todes ah ich poliere dir deine hässliche Fresse ach du denkst du kannst ausweichen oder was mit deinem Sturmangriff komm her hier ich zeige dir meinen Zwiebelfuß hier Fuß hier hier gibt es Onion Power sag mal bleibst du mal stehen hey sag mal ach komm hier ich poliere dir deine Fresse so wie du es brauchst sag mal sag mal da bist du genau in meine Faust gelaufen da kann ich ja nun auch nichts für im Zweifelsfall hätte ich ihn verklagt weil er gegen meine Faust gerannt ist das tut mir nämlich ziemlich weh lecker ach wenn ich überlege was ich damals mit euch für Probleme hatte na komm ach du willst nicht oder dann machen wir es halt so oh man schön schön hier mal ein bisschen Rache zu nehmen an diese ganzen dreckigen Mistviecher was ist das ich sage ja ich bin Gott ich kann schweben ja hallo hast du aber ah jetzt okay ich kann übers Wasser laufen okay kleine Demonstration seiner Macht ja und die Wolken fangen auch schon an zu schwitzen wenn sie diese Macht sehen nicht schlecht ich habe natürlich weiß gar nicht ob ich es erwähnt habe aber den Part habe ich jetzt zu spät äh gecounted das heißt der wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein eigentlich mache ich ja immer so 20 Minuten das ist immer eine recht gute Zeit aber naja man kann es ja auch mal ein bisschen länger machen besonders wenn so schöne Sachen passieren das ist auch nicht immer gegeben so lustige Sachen besonders das mit dem Snapper-Tanz und mit den fliegenden Snappers dort und alles sowas das ist schon relativ ja selten möchte ich sagen und da freut man sich natürlich immer wieder wenn solche seltenen Aufnahmen hier zu Tage kommen ich speichere mal eigentlich kein schönes Wetter aber das ist irgendwie atmosphärisch man mag das also ich mag das wo geht es denn da lang wo geht es hier lang ich glaube wir müssen hier lang ach ja ein regnerischer Tag so wie ich ihn mag und Goblins gerne schlag genau jubidu ich komme freut ihr euch auf mich das glaube ich nicht warte mal hier irgendwo vor 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 dem Eingang war doch noch so ein Bandit oder Moment den würde ich gerne mal besuchen vielleicht hat er ja die Absicht uns was zu schenken oder so das war hier glaube ich weiter vorne meine Güte hier passiert wirklich eine ganze Menge ich freue mich wo war denn das war das wirklich hier weiter vorne ja doch ich glaube hier oder 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 irre ich mich nein ich irre mich nicht hallo ich schleiche ja rauch nur deinen letzten kleinen Novizen ein Eidern ein Eidern ist Eidern und der hat nichts in den Taschen kein Problem ja da liegst du gleich neben dein komisches Feuerchen hast du irgendwie für ein Gläschen Wein das kann nicht sein wenn wir uns wenigstens hier schnell noch bedienen er ist auch schon leer geräumt gut Eidern dann schlaf weiter du hast nichts gesehen so und um das auch noch zu untermauern rennen wir schnell weg dann kann er seinen Banditen Kollegen berichten wie er aus dem nichts niedergeknüppelt wurde und gar nicht weiß von wem ach ich mag diesen Regen heute ist ein schöner Tag den ich mag ich glaube das habe ich aber schon genug erwähnt genau und hier oben geht es zu diesen Snappern die ich meinte haben wir noch eine Waffe die wir so anlegen können mal was anderes hier Kruschwarob ja komm bleiben wir einfach mal bei unseren Hammer und schauen mal was sich hier oben verbirgt umsonst werden da ja keine Snapper sein Snappy 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 jetzt geht's schnippel schnappel ich schnippel euch den Schwanzi Appel ja da braucht ihr euch gar nicht so aufzuregen und mich könnt ihr nicht noch mal verarschen mit euren Tänzen ja tu ruhig so ja komm 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 das war's mit dir du Mistvieh ja hampelt mal nicht so rum links und rechts und links und rechts ihr wollt mich verarschen oder ihr wollt mich echt verarschen ich kenn euch ja nix so du hast es noch versucht dafür hast du meinen Respekt aber wie es so ist müssen Viecher mit großer Fresse die Fresse auch irgendwann mal halten so ich speichere mal ich weiß nämlich nicht was hier passieren wird hallo was ist da was ist denn das was ist denn das Moment ich speichere mal lieber was ist denn das was ist denn das hallo was bist du was ist denn das was ist denn das ich sehe was ist das was ist Moment ich hole mal meinen Hammer raus was ist denn das Bluthund komm weg 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 oh man man da mach ich mir gleich ins Höschen hier und ich hab heute meine Erdbeerunterhose an das gibt's doch nicht oh Gott das konnten wir gerade noch so retten ein Bluthund was zum Teufel ist ein Bluthund oh man ah fuck oh man okay bitte nicht noch mehr davon Sklavenbrot zum Glück zum Glück lagen wir nicht tot neben dem Sklavenbrot komm lohnt sich das für den Trank was ist denn das für ein toller Trank irgendein scheiß Heiltrank und ein Ring ein Ring sie zu knechten oder um wegzuschmeißen Lebensenergie Bonus 10 ja komm wer nimmt hier ein Lebensenergie Bonus 10 Ring wenn der auch 10 Stärke haben kann also das ein bisschen ja overkill overkill und überhaupt kein Thrill zu 2 1 3 3 4 10 10